hey leute willkommen zu einer ganz ganz kleinen short news in dragon ball legends es gibt wieder leaks aus der v jump danke an meine community die mich darauf hingewiesen hat eigentlich wollte ich ja heute nach hause kommen ganz in ruhe chillen bisschen was essen bisschen zocken ganz in ruhe und dann kommen solche leaks hier rein jetzt wird sich der ein oder andere zuerst mal fragen ja rabbit aber wo sind denn die anderen helden von der letzten v jump wo ist sun shenron wo ist baby nein wo ist doch baby wie geht's da wo wo sind sie wo sind sie ja das wüsste ich auch gerne das wüsste ich auch gerne die theoretisch einfachste lösung ist dass sie endlich morgen kommen also shenron und baby wie geht's da wir hoffen es mal ich kann es euch leider nicht mehr sagen früher konnte ich ja immer sagen joe v jump leaks so wie das hier ist mitte des monats das heißt anfang nächstes monat kommen die neuen helden ich konnte euch immer zu 99 prozent sagen wann sie kommen aber dragon ball legends hat ein bisschen was geändert vielleicht lag es nur am valentinstag und so weiter und dass sie so viele server probleme hatten kann auch sein wenn ja dann müssten diese helden die wir uns jetzt gleich angucken am vierten dritten erscheinen wenn wieder alles normal funktioniert kommen diese helden hier neben mir am vierten dritten wir gucken mal wir testen bisschen rum bisschen experimenten was kommt eigentlich ich bin ein bisschen freudig erregt muss ich sagen warum es kommt nämlich son goku und zwar der son goku vom beginn sozusagen der saiyajin saga ihr seht im hintergrund raditz auf den planeten kommen wir sind einen relativ jungen goku und ist den hier einen relativ jungen piccolo der mit freude seine höllenspirale genutzt hat um hier oben zu sehen raditz und son goku gemeinsam zu durchbohren alter und also noch sieht unter mir gerade hier unter mir wie am piccolo der im kampf seinen turban und seine rüstung auszieht könnte es sein dass es eine super fähigkeit ist dass er mit turban reingeht und damit zum beispiel mit aktivieren der grünen karte wirft einen turban weg müssen wir gucken ich bin echt gespannt wir sehen hier leider auch nicht die unbedingt die farben der helden aber den jungen goku und den jungen piccolo mit höllenspirale das feier ich muss ich echt sagen man sieht auch hier im hintergrund rechts den am goku und raditz hier oben sieht wie sie gerade durchbohrt werden ist ziemlich nice muss man echt so sagen aber was ist denn deine mann dazu und das macht den rechts unten schon wieder charlotte weiß ich leider nicht ich denke auch dass das bild ein bisschen abgeschnitten ist im großen ganzen aber egal es geht um den jungen goku und um den jungen piccolo am beginn der saiyajin saga wo sie im raditz auslöschen aber das nichts bringt weil er nachher nappa und vegeta kommt wie wir wissen aus dem dragon ball zk karot game bin ich ja schon ziemlich weit schaut auch gerne mal rein heute kommt heute kam da auch ein video gerne reinschauen wie gesagt und auch dokan battle gab es heute ein opening ich wünsche euch viel spaß damit morgen natürlich hier auf dem kanal wieder ein dragon ball legends update video auch gerne angucken also abonnieren lohnt sich wir sind kurz vor den 20.000 alter und am neuen rapids openings kanal sind gigantisch große openings geplant freut euch darauf abonniert gerne link in der video beschreibung haut hart rein jetzt in die kommentare eure meinung hast du überhaupt lust auf einen jungen piccolo oder einen jungen goku lasst es mich wissen ich find's cool leute haut rein ciao abone 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 Untertitelung des ZDF, 2020